18.07.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und da von Tagura 45 des Ukrainenkrieges herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Wie Sie ja im Titel schon lesen konnten, haben die Russen einige Geländegewinne erzielen können, zu denen wir aber gleich kommen. Doch zuvor fangen wir im Nordosten des Landes an und zwar nicht bei einer Frontverschiebung, sondern mit einem Video eines russischen Offiziers, der uns interessante Details über deren Verluste und Vorgehensweise preisgibt. Er behauptet, aus der 138. motorisierten Infanteriebrigade zu stammen und meint, dass sie bei ihren Meldungen an die nächsthöheren Vorgesetzten falsche Angaben machten. So meldeten sie zum Beispiel eine noch vorhandene Mannsstärke von 200%, also vom Doppelten der tatsächlich noch vorhandenen Soldaten. Offiziell haben sie 6000 Verluste zu beklagen, aber in der Realität sollen es 12.000 gewesen sein. Die hohen Verluste sind für uns nichts Neues, das Interessante ist der Grund, den er dabei nennt. Und zwar hat der Kommandeur der Brigade angefangen, die Panzerfahrzeugbesatzungen in die Angriffe bei Wufchans mit einzubeziehen. Offensichtlich ohne Panzer, sondern als reguläre Infanterie, so wie es auch bei den Luftlandeeinheiten der Fall war. Wer jetzt oben links in die Aufziehung schaut, der sieht ja natürlich, dass eine Brigade um die 5000 Mann fasst. Deshalb gehe ich davon aus, dass er entweder die Verluste über den gesamten Krieg gemeint hatte oder die Verluste der 69. Division, welche ja vor wenigen Monaten aus der 138. Brigade bei einer Umgruppierung hervorging. Bei Shasivjah stehen die Russen nun am Kanal, der die Stadt von den Russen trennt. Ein Kanal bzw. allgemein ein Gewässer lässt sich normalerweise immer sehr gut verteidigen. Jetzt haben die Ukrainer aber ein großes Problem, da die Überquerungsmöglichkeiten der Russen sich nicht auf die letzte stehende Brücke an dieser Stelle beschränken. Es gibt nämlich noch zwei weitere Übergangsmöglichkeiten, bei denen der Kanal unterirdisch verläuft und diese lassen sich natürlich überqueren. Die habe ich fälschlicherweise als Brücken eingezeichnet, weil ich dafür kein entsprechendes Symbol auf der Lagekarte habe. Man möge mir bitte verzeihen. Dabei handelt es sich um den Bereich im Südosten, der auf beiden Seiten unter ukrainischer Kontrolle steht und zum anderen um den bei Kalinfka, der von den Russen bereits erreicht, aber nicht überquert wurde. Die Brücke im Osten wird für die Russen zu einer so kleinen Verengung, dass jedes Fahrzeug mit einer hundertprozentigen Garantie von den Ukrainern zerstört wird, wenn dieses sich über die Brücke hinweg bewegt. Vielleicht kommt es auch nicht so weit und die Ukrainer warten diesen Angriff ab, um die Brücke zu sprengen, damit diese genauso wenig befahrbar wird, wie die etwas weiter im Süden. Dafür können die Russen jetzt aber zwei andere Übergänge mit einer Breite von 700 Metern im Norden und 900 Metern im Süden nutzen, um den Kanal zu überqueren. Für die Ukrainer bedeutet das also, sich auf diese zwei Punkte besonders stark zu fokussieren. Im Gegensatz zur Schlacht bei Avdivga und den Kämpfen im Westen des Ortes müssen die Ukrainer nun nicht mehr auf ein US-amerikanisches Hilfspaket warten. Was ihnen an Waffen und Munitionen nicht mehr fehlt, fehlt ihnen mittlerweile aber am Personal. Aber dafür befinden sie sich in einer Verteidigungsstellung und benötigen für ein Kräftegleichgewicht nicht dieselbe Anzahl an Soldaten wie die Russen, die sich ja ständig im Angriff befinden. Jetzt lassen sie sich aber auch nicht von den ganzen Falschmeegern auf russischer Seite täuschen, die der theoretisch unterlegenen motorisierten Infanterie der Ukrainer gegenüber steht. Die stammen nämlich fast alle aus der 98. Division, welche einer der Divisionen mit den höchsten Verlusten überhaupt darstellt. Da wäre zum Beispiel das 331. Regiment der 98. Division, die zu Kriegsbeginn vor Kiew kämpften und sich nach hohen Verlusten geschlagen geben mussten. Auch ihr Kommandeur starb dabei im Einsatz. Das 299. Regiment wurde von Scheugu damals noch umformiert und ist mehr eine Art außenstehende Militärpolizei als ein Fallschirmiger Regiment. Selbst ein Sprecher des russischen Militärs bestätigte im November 2023, dass es sich bei den Regimenten der 98. Division eher um motorisierte Schützenregimente als um Spezialkräfte mit Spezialausrüstung handeln würde. Und genau dasselbe steht eben auch auf ukrainischer Seite bereit. Das bedeutet aber auch nicht, dass das ein leichter Kampf für die Ukrainer sein wird. Ganz im Gegenteil, die russischen Offiziere und Kommandeure scheuen sich ja nicht, einen nach den anderen in das gegnerische Feuer zu werfen, bis sie irgendwo einen Durchbruch erzielt haben. Sie sehen also, dass es ein ständiges Abwägen zwischen den Vor- und Nachteilen in diesem Sektor gibt und zwar auf beiden Seiten. Die Frage ist jetzt natürlich nur, auf welcher Seite die Nachteile überwiegen werden. Im Sektor Pivnice habe ich ja vor einiger Zeit erzählt, dass die ukrainische Verteidigung innerhalb der Stadt die russischen Angriffe aufhalten kann. Was machen sie also? Sie versuchen nun einen anderen Angriffsweg. Eingezeichnet ist dieser in Dunkelrot inklusive der daraus resultierenden Geländegewinne. Was wir in der letzten Zeit ja sehr oft sehen konnten, war, dass die russischen Speerspitzenangriffe tief in ein Gebiet eindringen konnten, jedoch bis zu einer Woche lang in die Länge statt in die Breite gingen. Somit haben wir viele lange und schmale Geländegewinne, die eigentlich jedem erfahrenen Offizier die Nackenhaare zu Berge stehen lassen sollten, weil man dann durchgehend Gefahr läuft, durch einen Angriff mit wenigen Feinkräften abgeschnitten und sofort eingekesselt zu werden. Doch diese Angriffe auf ukrainischer Seite bleiben bisher aus. Warum, sehen wir gleich. Westlich von Netelove machen die Russen auch Fortschritte. Sie konnten nun das Dorf am Gewässer erreichen und es in etwa zu 30% erobern. Dass es bisher immer noch keinen ukrainischen Angriff gab, um die russische Angriffsrichtung zu kappen, ist natürlich tragisch für die Ukrainer. Deshalb gehe ich davon auch aus, dass keiner mehr kommen wird. Schuld werden wohl Personalnöte sein. Hier sehen wir es ja auch einmal. Genauso wie vorher bei New York, bei Tiefnische und eben auch hier bei Netelove. Die Russen greifen in einem schmalen Korridor an. Das ist nur dieses kleine Waldstück dort und das Stück, was sie gerade noch dazu erobert haben. Normalerweise reicht eine kleine Einheit aus, um nur eine einzige Straße von der Versorgung zu kappen, vor allem, da diese sowieso nicht in die Breite auf die offenen Felder geht. Doch scheinbar haben die Ukrainer nicht diese Kräfte dafür. So wie es aussieht, könnten sie mit den Kräften, die vorhanden sind, zwar einen Angriff ausführen, müssten dafür aber alles aufgeben, was sie in der Verteidigung in diesem Gebiet besitzen. Das bedeutet, sie führen einen Angriff auf, schneiden sie ab, doch dann brechen die Russen eben an den Verteidigungslinien durch, von denen sie ja gerade angegriffen haben. Was ihnen fehlt, ist scheinbar eine weitere Teileinheit, die eben für Angriffe da ist. Das heißt, die jetzt die vorhandenen Soldaten verteidigen, während eine andere Einheit unabhängig von ihnen Angriffe ausführen kann. Und das scheint gerade nicht möglich zu sein. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass die Ukrainer die Mobilisierung schon länger hätten durchnehmen müssen. Und weiterhin warten wir immer noch darauf, während in Russland recht viele Soldaten pro Monat eingezogen werden können. Denn die ganzen Angriffe auf russischer Seite, die kosten vor allem Zeit und auch noch Menschen und Material. Russland kann in etwa 25.000 Soldaten im Monat rekrutieren, verliert aber schätzungsweise 35.000. Also verlieren sie effektiv pro Monat um die 10.000 Soldaten. Wenn das so weitergeht wie bisher, dann können sie diesen Krieg noch 5 Jahre so weiterführen, bis sie etwas mehr als die Hälfte ihrer gesamten Soldaten verloren haben und in etwa drei Jahre, bis die Hälfte der Soldaten in der besetzten Ukraine aufgerieben wurde. Also tatsächlich eine sehr lange Zeit, denn Russland mangelt es überhaupt nicht an Soldaten. Wobei es aber mangelt oder zumindest mangeln wird, sind die alten Fahrzeugbestände aus der Sowjetzeit. Diese stehen seit 30 bis 70 Jahren auf irgendwelchen Freiflächen, verwittern und verrosten vor sich hin und werden dann nach und nach notdürftig restauriert, bevor sie dann an die Front verschickt werden. Das war aber auch nicht der Plan dahinter, denn ursprünglich sollten sie ja nur als Puffer dienen, die zwischen dem halbwegs modernen Zeug wie einem T-80 oder T-90 und eben der jetzt produzierten Panzer, also die Verbesserungen der gerade genannten Kampfpanzer aushelfen sollen. Nun waren die Verluste aber viel höher als erwartet, genauso wie die Spezialoperation viel länger läuft als erwartet. Russland hat bereits auf Kriegsindustrie umgeschalten, aber diese läuft ja immer noch an und kann die Verluste nicht decken. Viele Teile aus dem Westen werden nun auch durch Nachahmungen aus China ersetzt und darunter mangelt natürlich die Qualität der neuen Panzer und Fahrzeuge. Die neuesten Hochrechnungen und Expertenmeinungen gehen davon aus, dass der Bestand an verwertbaren Fahrzeugen aus der Sowjetzeit 2025 sein Ende nehmen wird. Danach wird es sehr interessant, wie dieser Krieg dann weiterzuführen ist. Und gestern habe ich es ja schon einmal gezeigt und heute haben wir die Bestätigung, der Brückenkopf Krinki wurde aufgegeben. Die 35. Marineinfanteriebrigade hat sich zurückgezogen bzw. die Teile, die eben bei Krinki waren und der Ort befindet sich nun wieder zu 100% unter russischer Besatzung. So wie es aussieht, werden noch einige Kämpfe in dem hellblau markierten Gebiet ausgeführt. Die aber wahrscheinlich nur das Rückzugsgefecht der Ukrainer darstellen. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare und bis zum nächsten Lagebericht.